Wir sind jetzt hier in Birmingham beim NEC und haben den letzten Tag hier mit der Gruppe verbracht. Aber bitte stellen Sie sich mal vor, was Ihre Rolle ist hier in der ganzen Sache. Mein Name ist Unni Berliebelt. Ich bin von der IHK Potsdam, angestellt im Bereich Standortpolitik und Projektmanagerin der Green Ventures, unserem internationalen Partnership Forum. Und wir haben den Fokus auf die Energie- und Umwelttechnik und sind heute hier in England auf dem Event The Energy Conference. Und wir haben eine Gruppe von Unternehmen mitgebracht mit Fokus auf Energie- und Umwelttechnik. Und ja, wir freuen uns, dass wir sehr viele Termine für unsere Firmen vereinbaren konnten. Es waren drei sehr hektische Tage und es gibt noch den ganzen Abend wieder mit Essen und dann auch noch mit Ausgehen heute Abend. Aber was ist Ihnen denn bis jetzt hängen geblieben hier von der Englandreise? Was bleibt bei Ihnen? Was ist hängen geblieben? Vor allen Dingen ist mir sehr wichtig, dass unsere Unternehmen, die mitgefahren sind, zufrieden sind. Dass sie auf jeden Fall ein paar Kontakte knüpfen konnten, die sie auch weiter verwenden können für Ihr Geschäft im Heimatland. Und ansonsten bin ich sehr, sehr begeistert von England. Das ist das erste Mal, dass ich hier so unterwegs bin. Ach schön. Und die Städte London und Cambridge waren bis jetzt ganz prima. Und auch die Menschen, die Mentalität gefällt mir sehr gut. Die Briten sind sehr offen, sehr freundlich. Und ja, eine ganz tolle Erfahrung. Es ist sehr erfreulich von Ihnen zu hören. Nochmal vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufwand und einen guten Rückflug. Danke. Danke. Danke.